Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video und ich habe mir gedacht, wir ranken heute mal alle Schultertiere. Ich weiß, ich habe schon mal ein Top 10 Schultertiervideo gemacht, aber das sind ja erstens mehr als 10 und in so einem Tierlist Ranking gibt es ja von S zum obersten Tier bis F so gesehen das unterste Tier, also in schlecht kann man sie ja einranken. So kann man mehrere auf Platz 1, mehrere auf den letzten Platz setzen und ich finde es ein bisschen cooler, als einfach nur in so eine 1 bis 10 zu ranken. Ihr könnt mir mal schreiben, ob ich darüber mehrere Sachen machen soll. Habt ihr vielleicht Bock, dass ich andere Sachen mal in so eine Tierlist setze? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und ich würde sagen, wir starten. Mit einfach der Reihenfolge, wie es hier vorgegeben ist, mit dem Hesperonis, Leute. Der Hesperonis, ich versuche jetzt hier so ein bisschen mein persönliches Ding zu ranken, ja, vorneweg. Also ich werde jetzt hier nicht den reinen Nutzen ranken, weil einige Tiere nutze ich als PvEler zum Beispiel gar nicht, ja, oder habe sie auch generell nie genutzt. Ist auch so ein bisschen wie mein Empfinden zu dem Dino war und auch ein bisschen die Optik, ja, kommt auch ein bisschen dazu. Also der Hesperonis hat ein sehr cooles Taming, also ein sehr schweres Taming, cool ist das andere, aber ein sehr schweres Taming, war damals, wie ich angefangen habe, Arc to Talken, eins der fast, ja, schon sehr wichtigen Tiere, weil man ja das goldene Hesperonis-Ei auch gebraucht hat. Der Kibble, wenn ich mich richtig erinnere, schon sehr, sehr lange her. Früher war Kibble nur anders, Leute. Früher hat man Skorpioneier für Rex-Kibble gebraucht. Früher war für jeden Dino gab es einzelnes Kibble, falls jemand das nicht mehr weiß. Und da hat man den Hesperonis auch gebraucht und dadurch war das Ding sehr nervig. Ich habe es gehasst. Ähm, aber es war ein Dino, der, oder eine Kreatur, wir sagen immer Dino, obwohl es keine Dinos sind, eine Kreatur, die eigentlich, ah, ich rank es einfach mal nicht in die Mitte, weil es gibt ja in dieser Tee, in dieser Tee ist keine Mitte. Ich setze sie mal so eins unter die Mitte. Ähm, heißt wie Ron, das war okay, aber mh. Cinema Crops, Leute. Cinema Crops ist eigentlich für mich ein sehr, sehr geile Schultertier, äh, weil er zwei Funktionen hat, die mich nicht immer begleitenden Arc, die ich brauche, ist einerseits bauen, als PvEler oder so bauen und auch generell in Dungeons oder irgendwo hochkommen und den ganzen Kram. Also, äh, die Fliegefunktion des Cinema Crops ist einfach Bombe. Plus wir haben, was mich gerade auf Fjordur in meinem letzten Bauspot immer genervt hat, weil ich war auf diesen Doppelinseln, die in Nähe vom Vulkan sind. Immer kam Dylos. Immer, immer Dylos, Leute. Oh Gott. Dylos, Pego, Mustangs und er verschreckt halt kleine Tiere und deswegen ist er für mich auf Platz Nummer ganz oben, Leute. Cinema Crops ist für mich mit eines der besten Schultertiere im Spiel, deswegen, äh, ja, ganz oben. Brauche ich gar nicht so weit drüber reden. Der Bulldog, Leute. Also Style Faktor auf jeden Fall S. Bulldog, wie sind sie cool? Keine Ahnung. Ich mag sie einfach. Und, ähm, der Nutzen ist natürlich, dass sie leuchten, Licht machen und dass sie höhere Tiere anzeigen können. Also sie, man hat so eine Markierung unten rechts, ähm, wenn ein Tier, was Richtung, ich glaube, oder Richtung Max oder sogar Max-Level direkt war, angezeigt wird. Und, ähm, deswegen Leuchttiere, Leute, sind allgemein eigentlich, man kann sie fast nur noch nach Style ranken, weil die Funktionen sind bei allen drei gleich und ich würde sagen, da nehme ich den Bulldog auf B, ja. Es gibt bessere, deswegen rank ich ihn in B. Aber funktionsmäßig auf jeden Fall der oberen Hälfte, weil es halt schon sehr sinnvolles Teil ist. Der Mesopetikus, Leute. Mesopetikus kann, äh, glaube ich, Kacke werfen, um Kreaturen zu verlangsamen und man kann, glaube ich, auch im PvP damit Schlösser aufmachen, so Türen öffnen, äh, was eigentlich, glaube ich, eine coole Funktion ist. Ob es genutzt wird, müsst mal PvP da schreiben, ob ihr das wirklich nutzt. Für mich ist er, ähm, auch eher in die Richtung C. Äh, ist ganz cool, aber halt nicht so in meinem Funktionalbereich. Kompi, Leute, Kompi ist, ich weiß nicht, also Kompis finde ich leider, leider Gott, ein bisschen, äh, also, ja, verschwendet, beste Wort dafür, so. Ich finde, das wird's geil für, wenn man einen Kompi auf den Gegner wirft, dass er einfach ganz viele Kompis ruft und die dann wie zusammenkämpfen würden oder so. Deswegen ist für mich der Kompi eher in Richtung D. Leider. Ich nutze ihn irgendwie nicht, Werner. Wer von euch nutzt aktiv ein Kompi? Also, ich weiß es nicht. Ja, der Nocklin, Leute. Der Nocklin war für mich, wie er angekündigt worden ist, hab ich gedacht, er könnte Gamechanger im Taming sein. Ohne Mist, ich hab das wirklich gedacht. Ich hab gedacht, man könnte damit Dinos übernehmen, die dann zum Beispiel in eine Tamebox werfen. Und von mir aus könnte der Nocklin dann sterben, ist ja in Ordnung. Aber man könnte damit zum Beispiel einfach einen Rex oder einen Gigabestack in eine Box locken oder so. Also, man könnte ihn in Situationen nutzen, wo man merkt, oh, fuck, ich krieg das Tier vielleicht gar nicht, weil es irgendwie wegrennt, irgendwo die Gefahr, dass ich's dann nicht bekommen kann. Ich werf meinen Nocklin, zack, auf den Dino drauf und die Box rennen. So ist es ja leider nicht. Der Nocklin ist ja eher fürs PVP-No gedacht. Wenn man ja einen Dino übernimmt und danach das Übernehmen wegmacht, dann stirbt der Dino ja, den man übernommen hatte. Deswegen hab ich mich da super drauf gefreut und nutzt ihn überhaupt nicht. Deswegen ist er für mich einfach ein F. Bin ich ganz ehrlich. Ich hab, glaub ich, zweimal einen getamt. Einmal fürs Video, einmal nochmal zum Testen und der ist für mich einfach unnütz. Tut mir leider leid. Der Ferox, Leute. Der Ferox ist eigentlich einer meiner Lieblingstiere, der Schultertiere, weil er halt optional dann als Kampfwaffe genutzt werden kann. Das einzige Problem, was ich bei dem kleinen, süßen Dude sehe, ist, dass er Element benötigt und in vielen Maps mittlerweile halt Element zwar kein Problem mehr ist, aber du musst halt immer Element einstecken haben. Manchmal hat man's doch noch nicht so früh im Content. Später braucht man den Ferox fast nicht mehr, wenn man genug Element hat. Ich hätte ihm, wenn er, sag mal so, hätte er eine andere, ein anderes Item, um ihn irgendwie wachsen zu lassen, hätte ich's cooler gefunden. Hätten sie, keine Ahnung, irgendein Item reingebracht? So was wie, ich sag jetzt mal ganz doof, irgendwie Schokolade, die man craften muss, ja, und dann ihm gibt's und dann wird er groß. Aber die kann man halt früher schon bekommen. Deswegen, geiles Teil, coole Funktion, coole Optik, aber leider Gottes die Ressource ist so ein bisschen, dass ich ihn doch nicht so oft nutze, deswegen nur in A. So, Ego-Massags, Leute. Der Cloudy. Oh Gott, Leute, das ist das Clouding. Was soll ich sagen? Ich hau ihn einfach in F rein, weil ich mag ihn überhaupt nicht. Ich weiß, PvP könnte ja ganz cool sein, wie sag ich, als PvEler nutze ihn jetzt nicht so. Das Wege leider in F. Ja, ganz kurz und knapp. Djeboa, auf Scotch-Earth, super, super wichtig, weil er natürlich seine Fähigkeit ist, dass er so ein Geräusch macht, wenn ein Sturm kommt. Und auf Scotch-Earth ist es super wichtig, einen Sturmfeuer zu wissen, weil er halt einfach, ähm, gerade Sand stürmelt. Man sieht nichts mehr im Spiel, deswegen Djeboa ist wichtig, er ist hübsch. Jetzt die Frage, ob ich in A oder in B ranke, das ist so ein bisschen die Frage, weil ich ranke ihn mal in B, weil man ihn leider heute nicht mehr braucht. Es gibt ja auf den neueren Karten keine krassen Stimme mehr, die man ahnen, also vorher ahnen muss. Wenn das so wäre, wäre der auf jeden Fall weiter oben. Er ist halt süß. Ja, er sieht süß aus. Hätte er lieb einen gelb-Schwarz, dann wäre es mal ein kleines Pikachu. Ähm, ja. Perla Gornis, Leute. Willkommen zum Perla Gornis. Für mich, ah, ich packe ihn zum Pego Mustax. Ich mag das Ding genauso wenig, nutze ihn auch nicht so viel und daher eher weiter unten. Der Mikoraptor, Leute. Mikoraptor, eigentlich ganz cool. Man kann mit dem Ding ja auch ein bisschen fliegen, ähm, so gleiten. Also auch für Notfälle eigentlich ganz praktisch. Ah, ich packe ihn aber trotzdem irgendwie nutze ich den nicht. Ich weiß nicht, irgendwie ist D oder C. Ich packe ihn, glaube ich, eher mal in D. Ich nutze ihn null und, äh, deswegen für mich eher, nein. Das ist Scheinhörn. Gleiche Funktion wie vorhin der Bulbdog. Ähm, nur einen Ticken süßer. Und deswegen packe ich ihn in A. Irgendwie mag ich Scheinhörner. Scheinhörner sind so mit meine Lieblingsleuchttiere auf den Schultern. Ich züchte auch relativ gerne Scheinhörner, deswegen auf, ja, Rang A. Der, ähm, ich habe gerade überlegt, jetzt wollte ich gerade Greif sagen. Äh, Geier. Ja, wisst ihr, was ich meine? Volture. Das Wort hat mir gefehlt. Oh, ich weiß nicht, Leute. Volture ist stylmäßig eigentlich ganz cool. Nutzen ist okay von der Volture. Ich packe sie mal in C. Ich weiß nicht. Ich habe sie ein paar Mal gezüchtet, ein paar Mal getamed. Also ein paar Mal getamed. Ja. Der Demophodon, Leute. Demophodon ist für mich ein bisschen verschenkt, bin ich ganz ehrlich. Demophodon, oh, die sind zwar stark, aber irgendwie hätte ich sie mir cooler gewöhnt. Ich glaube, ich hätte sie gerne so als Schultertier, was einem mehr Nutzen bringen kann vom Damage her, aber trotzdem finde ich den Grundgedanken, das ist eben ganz cool. Und ich spiele ihn auch sehr, sehr gerne. Deswegen für mich auf jeden Fall ein B. Featherlight gehört wie das Scheinhorn auch einfach in A, weil es mit scheinbar meine zwei Lieblingsleuchttiere sind. Also ich finde Featherlight ist halt super schön, auch von den ganzen Farben und vom Leuchten her. Super geil. Deswegen packe ich sie oder packe ich ihn? Ne, komm, ich packe ihn sogar in S. In S. Weil es ist für mich das Schultertier, was ich am meisten spiele, neben dem Cinema Crops. Und dann gehört es eigentlich doch schon in S. Das ist mein Lieblingsleuchttier. Sagen wir es mal so. So, dann haben wir den Otterleuchttier. Leute, Otter ist schwer. Also Otter ist, ich weiß nicht, ob ich ihn nach ganz oben ranken soll, weil er eigentlich schon geil ist. Er hat eine Isolierung für Kälte, also generell eine Isolierung drin. Er ist süß. Er hat ein anspruchsvolleres Taming mit den Fischen. Also das ist auch nicht erst kein 0,815. Ich werfe mal ganz kurz ein Stück Fleisch hin, was bei Leuchttierern auch ein anderes Taming ist. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde ihn, glaube ich, auch in S ranken. Ich glaube, er ist, das sind so die drei besten Schultertiere, meiner Meinung. Und das kommt, glaube ich, eigentlich ganz gut hin. Clothelm würde ich jetzt eher in Richtung B ranken, weil er vom Style her nicht so ganz gut gefällt. Deswegen würde ich sagen, passt er eher da rein. Wir hatten hier Megaraptor-Fund gehabt, jetzt Megaraptor, Entschuldigung, ich hatte von die Dinger vertauscht, aber sind beide ungefähr gleich. Ich nutze sie relativ selten, deswegen packe ich ihn auch eher in dem. Obwohl da das Kleiden, wie gesagt, da ist das Kleiden recht cooles. Aber irgendwie, weiß ich nicht, da kann ich auch einen Sinema-Crops nehmen, wisst ihr, ich meine. Mittlerweile irgendwie ist der Sinn nicht mehr so da. Ja, jetzt kommt der Fjordhawk, Leute. Eieiei, der Fjordhawk. Wie Rankmade sind die Fjordhawk? Die Funktion ist, falls ihr mal das nicht weiß, ihr holt euren Loot zurück. Unter gewissen Bedingungen, er darf nicht sterben. Wenn ihr sterbt und bevor ihr ein Bett wählt und er stirbt, dann ist auch euer Loot immer noch da, wo ihr wart. Also, ich muss ehrlich gestehen, am Anfang habe ich ihn ein paar Mal benutzt und danach benutze ich ihn irgendwie nicht mehr. Weil irgendwie habe ich sieben Jahre lang meinen Loot selber geholt und ganz, ganz selten gibt es eine Situation, wo man nicht mehr rankommt. Und wenn ich weiß, dass ich irgendwo hingehe, wo ich an meinen Loot nicht mehr rankomme, nehme ich eigentlich meistens was mit, was ich auch verlieren kann. Deswegen, ich packe ihn in den C, Leute. Ich finde ihn nicht so toll. Ich weiß nicht, irgendwie hat er bei mir nicht so gewonnen vom Nutzen. Ja, Leute, also haben wir zusammengefasst. Für mich die besten drei Sinema-Crops, Hedderlight und der Otter. Das wollte ich bei einer Otto sagen. Und ganz unten haben wir Pegomastax, wir haben den Ichtionis und wir haben den Nogglen. Schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr sie ähnlich gerankt? Findet ihr es auch so? Sagt ihr so, oh mein Gott, Shario, wie kannst du die nur so ranken? Würde mich mal interessieren. Also, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sowas haben wollt, sagt mal Bescheid. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.